Hey, dich hat jemand mit Hepatitis angesteckt? Gar nicht schlimm. Hauptsache, du bleibst höflich. Wir müssen jetzt ganz stark sein, Leute. Mir hat eine Followerin geschrieben, ob ich nicht mal ein Video dazu machen könnte, wie man jemandem sagt, dass er einen mit einer GV-Krankheit angesteckt hat. Gar nichts gegen diese Followerin. Die hat bestimmt eine ganz liebe Absicht gehabt. Aber wie stellt ihr euch das vor? Hey, also ich will jetzt auch gar nicht unhöflich sein oder so, aber wir hatten ja letztens Rambazamba und ich hab jetzt auf einmal Hepatitis. Vor dem Rambazamba hatte ich das nicht. Kannst du bitte mal zum Arzt gehen? Aber no pressure, no pressure. Wenn mich jemand ansteckt, dann kann er gucken, dass er so schnell wie es geht das Weite sucht. Als ob ich dann auch noch höflich bleibe, Bola. Nee, aber Spaß beiseite. Geht hin, sagt den Menschen das klipp und klar, bevor er noch weitere Menschen ansteckt.